Norddeutscher Rundfunk 2021 Rundfunk 2021 Kippen 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 audiobook Kippen Unter 8. Tag an Jürgen Hüppauf, 13.0. Max Neuer, er liegt auf 4 zu 0. 15. Torstürze der Frau und Partner. 1. 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 Torstürze der Frau und Partner. Ich komme jetzt hier! Werscha! 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 Ach, Claren Centroup'a hat denn kommen zu der Unterricht? Werscha! 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 1-2-8 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ja die weibste Strecke in der Liga. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Vorwärts! Für los, wer geht mit EG in Ruhe? Es war Wobbeck oder Enka Kruzja? Es war Wobbeck, Olle! Es war Wobbeck, Olle! Es war Wobbeck! Ja! Für uns Treffer für Enka Kruzja. Der Schüttel von der Kreisluß. Wir haben Fuchsöl. Also bitte gleich, bei der Deutschen Kommissarhabe. Gerhardt von der Aktion. Kater Heffekut. Wir sind in der Dienstleer von Höhenkund. Das war's für heute. Oh, oh, oh! Applaus Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Was der Stuhl? 1-2-3, mit der 16. wird er betischt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.